du lebst ganz ruhig du hast mut kleine gut gemacht an der ohnmacht arbeiten wir noch aber du warst gut in der tat gut das war richtig krass danke hey könnt ihr uns einen moment was ich dachte die ganze zeit ich sei dein mentor und ich hatte aufgegeben und was ich eigentlich sagen will ist danke du hast du mir eingefallen du hast du siehst du hast du hast du nicht du hast du nicht Hi. Du hast Hausarrest, bis du 30 bist. Ja. Gut. Ab sofort nur noch Schule. Und deine... deine Spezialausflüge. Wirklich? Oh, Abu! Ich bin so stolz auf dich, Beta. Aber wir sagen Ami nichts, okay? Okay. Komm. Haben wir Knabberzeug? Natürlich. Ich hab Hunger. Tja, Freunde. Das war's hier wohl. Offenbar mit der Kampagne. Mit einem Ende, was doch ein bisschen überraschend kam. Also meine, die Kämpfe und so waren alle geil. Gar keine Frage. Fram, dass ihr halt auch die Möglichkeit habt, mit jedem Charakter einzeln noch zu fighten. Etwas, was ihr sonst relativ häufiger untergeht bei solchen Spielen. Da geht's mal, wenn man halt so viele Charaktere hat und so. Da ja sehr, sehr geil gemacht. Generiert die ganze Kampagne fand ich klar. Ja, man gab hier und da auch ein paar Schwächen. Sag jetzt mal, wenn das Spiel abgestürzt ist oder irgendwie eine Katze nicht getriggert wurde. Aber ansonsten, die Story fand ich richtig richtig geil. Klar, man kann von den Charakteren, von ihren Mimiken und so sagen, was ein Mill. Auch wenn viele ja sagen, ja, die sehen gar nicht so aus wie die Avengers aus dem MCU, also aus dem Film und so. Klar, aber es ist ja auch ein anderes Universum. Sag jetzt mal, es ist nicht das MCU, sondern ein anderes Marvel-Avengers. Als neu gewählte Scientist Supreme werde ich schwache Elemente von innen aus merzen. Keine Überraschungen, keine Ablenkung von unseren Zielen, nur sorgfältig geplante Innovationen. Ganz klar, AIM ist weiter die Zukunft. Von Klonen bis Zeitreisen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also, fangen wir an. Schön. Ich kann mich mal dazu, mein Fazit zu beenden. Okay. Ja gut, woher soll ich wissen, dass sie das erste jetzt richtig vorbei ist. Aber gut. Ja, auch das war wieder eine nette kleine Sequenz. Nee, was er eigentlich sagen wollte, kampagnenmässig, gab er doch viele Szenen und viele Elemente, die man zu nicht erwartet hat. Wie ihm das, z.B. mit Captain America. Klar dachte man sich schon, dass er noch lebt, weil wieso sollte man ihm sonst am AID noch spielen können, wenn er dann, wenn es das einzige Mal war, nachher ist er tot. Das war eine Szene, wo man sich schon denken konnte, okay, der lebt bestimmt noch, aber man wusste halt nicht, wo er ist, was passiert ist und so. Ganz ganz natürlich auch mit den Zweifeln und so. Also mit dem Zweifel nach innerhalb des Teams, das sie halt auch ein bisschen zerstritten hatten, getrennt hatten, aus der Wersengrünen und dass halt Kamalden halt doch diejenige ist, die sich wieder zusammengebracht hat. Doch ich finde, das alles hatte was für sich. Auch ein halt der Schlusskampf gegen Modork, wo das jetzt Kamala so riesig wurde, gegen Kree-Wächter und so, ja gut, da kann man sehen, was man will. Dass Monika überlebt hat, wie man jetzt gerade gesehen hat, ja, macht auch Sinn, weil er jetzt ein bisschen nach guter Abgang von ihr gewesen, obwohl, war heiss überlebt, man wusste nur, dass sie von Modork ja ein Serum indiziert bekommen hatte und das war's dann. Also ein Serum halt mit dem Blut von Captain America, den Soldaten, Supersoldaten-Serum als Heilmittel, was sowas von Modork gedacht war. Egal. Wo sie damals wirklich gestorben sind oder so, kein Plan, aber jetzt kann man sagen, okay, war für mich noch ein Klon. Ja, was natürlich eben jetzt generell noch zu sagen hat in der Welt, hä? Und auch die Events, ob sie jetzt wirklich zurück sind und so, weiss ich nicht, bis zu dem Zeitpunkt ja jetzt eigentlich nicht wirklich. Auch Kamala jetzt wirklich ein Avenger ist, weil ich persönlich hätte es da eben auch gerne so eine Zeremonie gehabt, wo man sie forscht und so. Aber vielleicht kommt das ja alles noch, hm, wer weiss, das sind dann auch so Dinge und sich fragen kann, ja, gibt es Spekulation um die Zukunft? Eben auch die Schlussszene, wo irgendwie so eine Kapsel aus dem Kree-Körper gestartet ist. Ist das ein Hinweis darauf, dass die Kree bald angreifen werden? Schwierig zu sagen. Aber generell natürlich auch, dass man jetzt die Kree so wieder eingebracht hat, weil die Kree hat man die ganze Zeit nicht im Spiel her gesehen, gar nie weggehabt. Und jetzt einfach plötzlich hey, da ist ein Kree-Wächter. Und der, der sich halt nicht mit dem Marvel-Universum auskennt, denkt sich so, äh, was ist die Kree? Hat doch was verpasst? Und so. Halt immer so eine Frage. Aber, nee. Das Einzige natürlich auch mit Modok, ist er tot, ist er nicht tot? Ich glaube für mich jetzt kein sowieso, er tot sein sollte. Weil ganz selten, wir haben ja nur gesehen, wie Kamala den Kree-Werteblatt gemacht hat und nachher Modok aus seinem neblosen Körper wieder rausgepurzelt ist. Wo soll deswegen Modok tot sein? Er ist natürlich Modok hier anders dargestellt wurde als in den Comics beziehungsweise in vielen anderen Adaptionen. Da wäre er meistens eher so ein verrückter Weltbeherrscher, der meint, er sei der ultimative Herrscher über alle Roboter, über alle Mechs und so. Naja. Kann man auch machen. Hier ist halt Modok ein bisschen anders drauf. Ist ja kein Problem. Ja, das also war jetzt in meinem Fazit. Eben hier und da hat man vielleicht die Story und die Kampagne noch ein bisschen besser erklären können, gewisse Elemente noch besser erklären können, aber ich weiß ja nicht, was noch alles kommen wird. Ich meine, es gibt ja auch, wir haben jetzt vorhin bereits ein paar Mal gesehen, während ich die Kampagne ausgewählt hatte, dass er schon Missionen gibt mit Bischop zum Beispiel. Mit dem Charakter. Und da soll es irgendwie auch etwas um Engen gehen das Ganze und so. Ja, ich glaube generell, wird es halt mehrere Updates geben mit neuen Charakteren halt, also mit neuen Avengers quasi, oder weiteren Avengers das Ganze noch erweitern werden. Das ganze Franchise beziehungsweise das ganze Spiel, die ganze Story. Und ich glaube deswegen, dass es schon noch weitergehen wird mit dem Spiel. Wie lange wir jetzt hier noch die Kampagne zocken werden, ob es irgendwie ähnlich sein wird wie mit gewissen anderen Spielen. Oh, guck mal. Clint Barton war irgendwie auch plötzlich raufgeführt. Okay. Ja. Nehmen wir es langwollte, ob es einfach zwischendurch halt Pause, also das Let's Play passieren werden, bis dann mal wieder was Neues zukommen würde. Ich kann die Rede natürlich noch nicht sagen, das ist alles durch aus dem Loch. Trotzdem, dass wir uns in der nächsten Folge dann aber mal um die andere Mission mit Bishop kümmern werden oder aber nochmal in die Kampagne rein, zum gucken, ob wir da noch die anderen Quests machen können. Weil wir haben gesehen, es gibt noch diverse andere Sidequests, ob wir auch höhere Dävel brauchen und so. Was aber zwar auch in den Aim-Missionen geht und so. Ja, das mit den Aim-Missionen oder mit diesen Sidequests. Zum Teil sind sie interessant, wie eben da auch mit dem falschen Tor, Gottes Donners. Mit dem falschen Gottes Donners einfach. Ja, halt die Spezial-Missionen pro Charakter, was da jetzt ein bisschen mehr zu tun gibt. Aber das andere ist halt einfach eine Aim-Base stürmen, alle platt machen, Items up-Griven und wieder raus. Naja, kann man das so sagen, was man will. Finde ich zumindest. Aber gut, ich würde sagen, für heute ist sicher mal vorbei mit Marvel's Avengers. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das Spiel hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und es geht demzufolge auch munter weiter. Das ist einfach mal das Finale gewesen. Oder eine Kampagne als Finale oder whatever jetzt einfach mal. Wie fast die Credits noch weiterlaufen, kann es sein, dass noch irgendwie noch eine Abschlussszene kommen wird. Mir persönlich fehlt bereits gesagt noch die Szene mit Kamala, wo es zum Avenger nennt wird und vor allem, wo ihr Name bekannt wird, Miss Marvel, weil den Namen wir bisher zu am Spiel bereits ein paar Mal gesehen. Das war einfach so neben mir Stammweng, hey, das ist Miss Marvel. Aber warum überhaupt? Oder wer ihren Namen genau gegeben hat? Das sind noch nicht. Das wäre vielleicht interessant noch zu hören. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis nächste Folge zurück bei Mals Adventures. Mal gucken, was ihr dann machen werdet. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Und wir glauben, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.